Zwei Leute. Zwei. Ganz toll. Ganz toll die Smok. Ich hab mich nicht bewegt, Yannis. Ich seh so viel. Blitz? Da ist einer Endschutz. Ich stand da die ganze Zeit. Nein. Letzter ist da, wo ich gestorben bin. Ah ja, nice. Die Smoke zu werfen war voll behindert, Alter. Werden die geworfen? Toll, Alter. Wenn ich da reinhebe, dann kommt da so eine scheiß Smoke.